Und zurück zum Versa-Boar. Immer noch im Korin-Plateau. Es will kein Ende nehmen. Stattdessen... Naja, es ist nicht so schlimm. Werden wir uns jetzt eben als Gärtner versuchen. Und Krautrupfer, Monster, Schlechter... Nein! Nein! Ähm, ja! Gute Idee. Flüchtchen. Und hier und hier und schon haben wir eine Blitzbombe gefunden. Ich würde sagen, verteilt Schaden an alle Gegner mit Blitzelementversuch oder verursacht Paralyse bei einem Ziel. Ähm, na gut, ich hatte fast recht. Mit der Ausnahme von jedes Ziel und Blitzschaden. Ähm, wo geht's weiter? Es gibt einfach zu viele Geheimnisse, zu viele Gegner. Mann, 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 Mann. Nein, ich will wirklich nicht. Ich mag nicht. Nicht mögen Tut und Tun. Hm. Geht's hier weiter? Bitte, bitte, bitte. Ich will raus aus dem Plateau. Ich will Heiltränke. Wie groß ist denn das? Nox in eine Atombombe eingeschlagen? Oder warum ist dieses Gebiet so groß? Nein. Keine Gegner. Auf dem Kreis. Ist ja ein unendlicher Teleport-Loop. Aha. Aha. Versuchen wir es mal hier. Ähm, oder auch nicht. Oben gab es nichts, soweit ich mich erinnere. Also, nachgesehen habe ich nicht. Kann man hier hochklettern? Nein. Wäre aber was Geiles. Ach, das Spiel schon geil genug. Nein! Oh, nein. Das versaut doch. Egal, es ist die Story. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Aber wie gesagt, ich bin müde. Ich werde mir noch ein Cappuccino machen und dann in der Uni. Ich muss es auch nochmal zurück. Drei, vier Kaffees kaufen. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Hm. Wahrscheinlich von unten. Nein, keine Gegner. Danke. Schön hab dich lieb. Hüppah. Hüpf hoch. Und anloh. Zerstören. Und dann Anlauf. Zerstören. Und Anlauf. Wo ist das Säckchen? Nach links. Ja, 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 ja. Ist nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie genervt. Von den Gegnern. Nein. Ich würde mich ja so gerne in die Kämpfe stürzen, wenn ich nicht so wenig Heiltränke hätte. Hm. Weiter Weg. Ach hier, Säckchen. Eisenstirnband. Hey. Außer es wird immer besser. Für Kibon, oder? Äh, Helm. Eisenstirnband. Können es auch die anderen anlegen? Nein. Nur Kibon. Nur er hat ein Stirnband. Eisenstirnband-Schutz gegen Konfusion zu 100%. Ein mit Eisen verstärktes Stirnband. Klingt sehr, sehr gut. Gefällt mir. Legen wir an. Und verkaufen den Flügelhelm zu gegebener Zeit. Hui. Zurück. Geht's hier runter? Nein. Ganzen Weg zurück. Wieder versuchen nicht zu kämpfen. Kein Kampf. Kein Kampf. Kein Kampf. Kein Kampf. Kein Kampf. Kein Kampf. Das ist der Keinkampf-Rap. Das ist der Keinkampf-Rap. Yo, yo. Äh. Hüpfen. Da-da-da-da-da. Runter, runter, runter geht es immer. Irgendwie. Tatsächlich. Ihr schon wieder. Ich hasse euch. Nein, niemand anders. Du siehst lustig aus, mein Freund. Wer hätte je gedacht, dass der begehrte Junge ganz von selbst zu uns kommt? Ah ja. So wie es aussieht wird der Stress in den Wald beginnen. Ah. Ach, das ist sehr cool. Tut mir schrecklich leid. Vogel. Aber du wirst erneut die unendliche Last eines Briefes mit dir schleppen müssen. Ah. Cheep. Ja, ich weiß, es ist unfest. Ich kann gemütlich durchs Leben gehen, während du von einem Punkt zum nächsten saust, nicht wahr? Komm schon, diese Nachricht ist wichtig. Stell dich nicht zu stur, ja? Cheep. Das ist meine Kleine, wie ich sie kenne. Enttäusch mich bitte nicht. Cheep, 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 cheep. Ich meine, gurr, gurr, gurr. Ich will der Zug gerne nachschauen, was es mit diesem Licht von vorne auf sich hatte, aber die Zeit rennt mir davon. Ah, du hast nichts mit dem zu tun. Interessant. Wir sind immer noch auf dem Plateau. Ah, aber wir können speichern, denn... Mehr Gegner heißt... Mehr Gegner heißt... Mehr Gegner. Ich will nicht. Sind wir denn nicht bald da? Hat irgendjemand schon mal dieses Korin-Plateau überlebt? Ich meine, irgendein NPC. Wobei die eigentlich nichts weiter tun, als zu Hause zu sitzen und darüber zu jammern, dass sie immer im selben Dorf sind. Hab ich euch! Was denn jetzt schon wieder? Hä? Was? Wer seid ihr? Mein Name ist Gellian der Fliegende. Ich bin gekommen, um euch eins auszuwischen und um euch, um euer Besitztimmer zu erleichtern. Ähm... Nein. F-12. Ich werde euch gleich erzählen... Äh, gleich sagen... Warum ich das tue. Schaut euch mal Soko an. Schwach auf den Beinen. Sie hat schon lange nichts mehr gegessen. Mental-Tropfen können auch nichts schaden. So, dann nochmal speichern. Wieso nicht die Allmacht des Speichersteins nutzen? Wenn man es schon kann, warum den nicht voll nutzen? Was sind jetzt schon wieder denn? Nur Hauptcharaktere und Helden und Außerwählte können speichern. Hooray. W-Wer seid ihr? Mein Name ist Blar. Blar, der Fliegende. Ah, Blar, der Fliegende. Verstehe, also nur ein weiterer Dieb. Und ein ziemlich gesprächiger noch dazu. Und wir übersehen jetzt einfach mal komplett dieses riesige Insekt. Genau. Macht euch nur lustig. Umso schmerzvoller wird euer Fall sein. 34 meine Kameraden habt ihr bereits auf dem Gewissen. Oh, glaub nicht, dass ihr damit davon kommt. Oh, deswegen soll ich nicht so viele Räuber töten. Los, Rec... Recreto. Auf zum Angriff. Recreto. Das Insekt war es irgendwie so Secreto-Regal-Doof. Wie kommt es eigentlich, dass die stärken Gegner uns immer von oben überraschen? Ja, wir sollten in Zukunft mehr Unterhöhle schreißen, nicht wahr, Kumpel? Okay. Hey, wie sollen wir gegen diesen Gegner vorgehen? Er rettet einen fliegenden Hornkäfer. Er könnte also ähnliche Schwächen haben wie die Hornkäfer, gegen die wir gekämpft haben. Wurde nicht zu früh, Recreto ist kein normaler Hornkäfer. Wartet nur ab. Okay, wir werden ihn nach einer gewissen Weile analysieren. Rasender Gillian. Gut, er ist das einzige Ziel. Wir werden erst einmal normal angreifen. Oh, okay. Giftwolkenflug? Nein, nein, nein. Nicht nett. Nett ist was anderes. Wasser. Ähm, Mist, die Kacki. Kumpel, pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Du weißt ja. Ja, ich hab mal voll eins auf die Fresse gekommen. Labe kein Mist. Bibi, 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 bibi. Dann eben Wasser. Das muss jetzt aber treffen. Hat das jetzt geklappt? Oder nicht? Ich glaube, das Schild ist nicht gebrochen. Nein. Mist. Wir heilen uns erst einmal. Ähm. Ja, doch. Ja, doch. Gingel. Didel die... Wucht sehr. Nein. Oh, fuck. Der hat reingehauen. Das ist wahrscheinlich eine Instant-Erd-Attacke. Oh, oh. Wir nehmen zuerst Kento. Warum? Ähm, weil ich nicht in der Lage bin, strategisch zu denken. So, jetzt aber Lichtschlag. Komm zurück, Keybone. Gefallener Keybone. Mö, oh. Mö. Oh, oh. Bounce. Es kann doch nicht sein. Okay, folgendes. Wir verwenden... Wahrscheinlich ist er anfällig gegen irgendwas anderes. Äh, Schutz und schwächt Agilität eines Ziels. Das wollte ich jetzt nicht. Füße nach Schang gegen ein Ziel. Ich hab schon ganz vergessen, dass wir noch einige Sachen gesammelt haben. Äh, magische Lupe. Wird wahrscheinlich noch nichts bringen. Ja, doch. Super. Okay. Äh, bricht nach 6 Treffern mit Wasserelement. Oh! Das ist nicht schlecht. Ein Dieb, der einen fliegenden Hornkäfer als Reittier verwendet. Äh, besitzt an sich keine besonderen Schwächen. Schlecht. Licht, bisschen Licht, bisschen Wasser. Das war's aber generell schon. Weitestgehend. Naja, bis auf oben diese Statusabwehr-Dinger. Ba, 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 bitte ich nicht zu... Achja, Verteidigungssenker und Zielsenker dürfte das sein. Kann das sein? Verteidigung und Ziel. Okay. Seine Taktik beginnt damit, dass seine... äh, seine Gegner zu vergiften. Und er nimmt einen verheerenden Spezialangriff. Oh oh. Gillian vertraut bei seiner Taktik auf seine reine Kraft. Jedoch ist es möglich, den meisten seiner Attacken auszuweichen. Wenn Zielsenker wirklich funktioniert... ...dann werden wir das... Aber erst mal Wasser. Okay. So weit, so gut. Wurzell, wer wird jetzt instant gedediliert? Ach, Kento. Mal wieder Kento. Komm zurück. Schon wieder eins auf die Mütze bekommen. Oh oh. Ist das der verheerende Angriff? Wird das der verheerende Angriff? Wir werden es im nächsten Video erfahren. Bis gleich.